Die Linke kämpft für ein solidarisches Europa. Wir wollen Reichtum gerecht verteilen. Wir wollen steigende Löhne. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und wir stellen Klimaschutz vor Profit. Wir wollen Fluchtursachen und nicht Flüchtlinge bekämpfen. Wir wollen eine friedliche Außenpolitik statt Aufrüstung und eine EU-Armee. Wir wollen Waffenexporte verbieten. Wir stellen uns entschlossen rechten Hetzern entgegen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. Werde aktiv. Werde Mitglied. Am 26. Mai Die Linke wählen. Für ein Europa der Menschen und nicht der Banken und Konzerne. Für ein solidarisches Europa.